Ja, hallo, willkommen bei TopfGuckerTV. Mein Name ist Daniel Fischer. Ich habe jetzt seit elf Jahren dieses Restaurant. Ich war vorher 13 Jahre Küchenchef und Ausbildungsleiter an der privaten Hotelfachschule. Ich glaube also, ich weiß, wovon ich spreche. Und deswegen geht dieser Aufruf jetzt an sämtliche Azubis, weil wir wollen, dass ihr Spaß am Beruf habt und das in einem ganz kurzen Video darlegt. Das heißt, dass ihr handwerklich begabt seid, dass ihr mit frischen Lebensmitteln umgehen könnt, dass ihr Freude habt und dass ihr kreativ seid. Wenn ihr das irgendwie in ein kleines Video bekommt, dann würden wir uns riesig freuen. Schickt das zu, die Besten werden nominiert und im Idealfall lernen wir uns sogar kennen. Und ihr kocht hier. Mal gucken. Ich freue mich drauf. Danke.